Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der NF Marsch Vierfach mit mir dem Ostland Gamer. Es geht weiter, wir wollten hier noch das bissl alleine schnell fertig fliegen. Damit wir uns weiter an die Heu-Missionen schwingen können. Es muss ja alles weiter gehen. Das ist ein Wahnsinn. Warte mal liebe Genossen, ich will mal gucken, gucken mal hier. So, man hat das auch. Awege nie. Klappe. Oberlicht. Oh, Arte. Oberlicht. Oberlicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich lege das mit drei 6. bis zwei mit drei 7. 7. 8. 8. 10. 10. 17. 10. 14. 15. 15. 15. so das haben wir ja durch unser Waldstück wir haben uns auch gleich noch bis sich die gehen jetzt weiter Flüge Missionen Prozent in den Dingen der Erwerbungen 313.000 und die natürlich ich sehe was ich bin dafür dass man vertreten oder wir sparen noch die das erste Feld jetzt war wir sind Man kann nicht so viel sagen, aber ich habe wirklich schon wenigstens am Mut. Spannende Musik ich weiß woran es liegen könnte haben wir hier sind in der damen positioniert man macht ja nur unnötig hält ein kleines bisschen besser geworden ist das was wir jetzt in kaum gebrauchen Und dann bleiben wir wieder mit. Dann guck ich nämlich mit der Pass hinterher. Das nennt man aber auch mal wirklich eine Schlautkavtische Powerjacht. Das ist halt logisch. Eine Waffe hier. Das gibt's gar nicht. Ich wollte ja eben ausmachen. Weil es zumindest zu Diesel dann sonst würden gehen. Äh, wo ist denn hier die Arbeit beendet? Von welchen denn? Ach, vom Düngemeister. 87.000. Daher sind 78.000. Ein Minderwohrme das nicht haben. Widersinn ist schwer wegen der Entscheidung. Nein. Es nimmt irgendwie Gestalt an hier. Aber sie in die Richtung guckt. Natürlich ja schon wieder Kennsäge. Ja, es nimmt Gestalt an irgendwie. Ja. 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 Ich hab das Geld. Ja. Ja. Ich hab das Geld. Ja ja. Ja, die ganze Zeit vom Lauf prüfteln. Ohne immer noch was sichまぁ war. Und dann wird es nicht rausgefallen. Dann vermenter einfach mal hier. Dann wird es ja positioniert. Müssen wir uns alles noch überlegen. So, dafür danke ich auch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Auch über Kommentare würde ich mich da freuen. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.